Ladies and Gentlemen, willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder hier seid. Es gibt wieder was Tolles zu lernen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Schärfen. Welche Arten gibt es? Welche Einstellungen könnte man treffen? Und vor allem, wie schärfe ich nahezu genauso wie in Lightroom, nämlich mit einer Konturerkennung? All das jetzt in diesem Video. Bevor es aber losgeht, erzählt unbedingt eure Fotokollegen, Freunden, Verwandten, wem auch immer, der mit Foto zu tun hat, von diesem Kanal, helft mir, den Kanal weiter auszubauen. Und dafür gibt es jetzt für euch eine Ladung Wissen. Springen wir direkt mal in meine Sammlung rein. All die Bilder, die ich euch jetzt hier zeige, sind Teil meines Videokurses, kleine Schleichwerbung. Also wenn ihr selber mal daran Hand anlegen wollt oder 6 Stunden Wissen zu Capture One benötigt, Kurs kaufen. Wir fangen an mit der guten Mia hier im Bild. Wir wollen eine Standardschärfung machen. Capture One ist ja dafür bekannt, dass das Schärfetool sehr, sehr gut funktioniert. Immer dann, wenn ihr schärft in anderen Programmen, dann erkennt ihr ganz schnell, ob eine Schärfung funktioniert oder nicht, indem euer Bild nicht nur einfach schärfer geworden ist, sondern bei zu viel Schärfung entstehen oftmals so grün-grau-Ausbeulungen oder so Ausrisse, Farbausrisse, die die Person oder den Gegenstand eher krankhaft oder kaputt aussehen lassen. Das wollen wir nicht, denn wenn wir bearbeiten, dann wollen wir so bearbeiten, dass wir das Bild optimieren, ohne in erster Linie zu zeigen, wir haben daran was gemacht. Und wir nehmen jetzt hier mal die gute Mia und schärfen Haut und Augen. Und dazu gibt es, ich sage mal, eine Schnellschärfmethode und eine Detailschärfmethode. Fangen wir an mit der Schnellschärfmethode. Dazu geht ihr einfach mal auf euren Klarheitsregler. Denn in Capture One gibt es nicht nur die Klarheit als solches, die ja die bekannten Mittelkontraste im Bild verstärkt, die wollen wir gar nicht verstärken, sondern wir benutzen den Strukturregler. Und wenn ich den jetzt einfach mal hier nach rechts schiebe, das ist von mir eine der häufig genutztesten Schärfemöglichkeiten, wenn ich ehrlich bin, dann seht ihr schon, wie sich jetzt hier die kompletten Strukturen ja deutlich schärfer darstellen lassen, ohne aber, dass ich eben besagte Ausrisse bekomme. Also das funktioniert schon toll. Kleiner Quick-Tipp, klickt mit der Maus auf den Namen eines Werkzeugs, haltet die Maus gedrückt und dann seht ihr ein Vorher-Nachher-Effekt. Und ich muss ehrlich sagen, dass so eine Schärfung, die mit Struktur möglich ist, holt aus den meisten Bildern eigentlich schon, wenn man ehrlich ist, genau das raus, was man benötigt. Es ist so. Wenn ihr jetzt aber sagt, okay Philipp, finde ich gut, aber ich würde gerne das Schärfetool, das ja so legendär sein soll, benutzen, dann ist das auch gar kein Problem. Dann gehe ich jetzt hier auf mein Register mit der Lupe und da seht ihr dann schon hier das Schärfewerkzeug. Ich werde das jetzt mal rausziehen, weil ihr könnt euer Interface ja komplett so hinschieben, hin drapieren, wie ihr möchtet. Wenn ihr es nicht wisst, Videokurs holen. Und jetzt nehmen wir die Schärfe. Und jetzt zeige ich euch mal schon den ersten Aha-Effekt, den ich auch in meinen Schulungen und auf Messen zeige. Nämlich mache ich jetzt etwas, das in keinem anderen Tool geht. Ich ziehe die Schärfe mal komplett auf 1000, sagen wir mal 100 Prozent, okay. Ich ziehe sie komplett nach rechts rüber und jetzt seht mal, wir haben eine wahnsinnige starke Schärfung im Bild, aber keinen Grün-Ausriss. Und das ist schon unglaublich. Macht das gleiche mal bei Photoshop, unscharf maskieren, Hochpassfilter oder was es da noch so gibt und ihr wisst, wovon ich spreche. Ihr müsst da sehr feinfühlig sein. Hier könnt ihr erstmal richtig reinklotzen. Das gleiche passiert dann auch mit dem Radius. Da bestimmt ihr quasi, wie viel Details ihr schärft, wie groß die Range ist. Wenn ihr nach links geht, dann nehmt ihr nur quasi die feinsten Details und wenn ihr nach rechts geht, dann nehmt ihr quasi nahezu alles mit. Und schaut mal, ich bin jetzt hier auf maximalster Stufe. Das wäre natürlich schon viel zu viel, aber wir haben immer noch keine Grün-Ausrisse. Und das kann tatsächlich bei einem, ja ich sag mal doch schon etwas unschärferen Foto, einem Foto, das wir retten wollen, sehr, sehr stark helfen. Und jetzt kommt noch etwas Tolles hinzu. Sagen wir mal, ich würde dieses Bild schärfen wollen, brauche schon einen guten Pepp. Dann seht ihr schon, hier vor allem bei den Augen, wir gehen mal näher ran, dass sich dann irgendwann hier diese kristallinen Effekte bilden. Gerade hier auch so ein bisschen so eine sogenannte Aura, also irgendein hell gewordener Bereich um eine Struktur oder eine feine Struktur herum. Und das wollen wir nicht. Und jetzt könnte ich natürlich maskieren und dies und das, da kommen wir gleich noch dazu. Ich möchte es aber viel schneller beheben, ohne aber, dass ich meine Schärfe irgendwie wieder vernichte. Und da hat Capture One hier diesen Lichthofunterdrückung, nennt sich das. Ich habe noch nie gelesen, was da unweit ausgeschrieben bedeutet. Lichthofunterdrückung, ich sage immer Lichthof, die ziehe ich jetzt mal nach rechts. Und jetzt schaut mal hier unten, hier zum Beispiel auf diese kleine Wimper hier, wie vorher, nachher, vorher, nachher, dieser Lichthof, also diese Aura weg ist. Gleichzeitig, Leute, schaut mal ein bisschen genau hin, wir sind jetzt schon sehr nah dran, 100% hier. Ich nehme mir keine Schärfe. Ich reduziere oder verringere diese Schärfekristalle, die eben durch einen sehr hohen Wert kommen und behalte aber meine Grundschärfe. Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig praktisch. Also ihr habt gesehen, Klarheit für schnelles, starkes Schärfen in den vor allem Mittelkontrasten. Oder hier das Schärfe-Tool, mit dem ich eine Gesamtschärfung machen kann, mit verschiedenen Werten. Jetzt ist die Frage, wann benutze ich was? Mein Tipp. Ich will euch jetzt keine Werte sagen, weil je nachdem, ob ihr, ich sage jetzt einfach mal, Porträtfotos oder Landschaftsfotos, Streetlife oder unscharfe Fotos mit der Leica, keine Ahnung, hier bearbeitet, ist es immer ein unterschiedlicher Wert. Euer Auge ist dabei die Jury. Die soll heißen, wenn euer Auge merkt, okay, da hat sich was getan, es sieht für mich persönlich gut aus, dann passt es. Denn merkt euch an zu der Bearbeitung, Leute. Das ist sehr, sehr wichtig und ich werde dazu definitiv nochmal extra Video machen. Die Bearbeitung oder das, was getan wurde in der Postproduktion, das kennt erstmal nur ihr. Lasst euch da nicht irritieren. Der Betrachter am Ende, der euer exportiertes Foto sieht, kennt meistens das Vorherergebnis nicht. Dementsprechend, was vielleicht euch auch manchmal hier und da vielleicht ein bisschen zu stark rüberkommt oder wo ihr sagt, ich weiß nicht, soll ich es so stark machen, geht davon aus, euer Gegenüber kennt das Bild noch nicht. Und dementsprechend können die hier manchmal auch ein bisschen stärker werden, ihr könnt ein bisschen experimentieren, ihr seid eure Jury. Jetzt aber ganz wichtig. Ich wurde danach immer wieder mal gefragt und wer mich kennt, weiß, ich versuche Capture One so gut es geht auszureizen und vielleicht manchmal sogar Sachen möglich zu machen, die ohne weiteres erstmal nicht möglich sind. Ihr habt mich gewünscht oder mich gefragt, kann ich in Capture One ähnlich wie in Lightroom mit einer Art Detailmaske oder mit so einer Detailansicht schärfen. Bei Lightroom glaube ich, ist es so, dass ihr während dem Schärfeprozess die Alt-Taste gedrückt hattet, ich bin jetzt nicht sicher. Und dann wird das Bild, glaube ich, grau und man kann anhand von so Konturen sehen, was schärfe ich und was nicht. Was ich persönlich sehr praktisch finde, würde ich mir hier wünschen. Wir können das aber in Capture One über einen kleinen Umweg Minimum genauso gut machen. Ich möchte euch das jetzt mal zeigen. Anhand von einem anderen Foto nehmen wir hier mal meine Ex-Kamera. Ich möchte hier die Schriftzüge schärfen. Okay? Und das könnte jetzt für alles stehen, für gewisse Konturen, für, keine Ahnung, nur die Augen oder wie auch immer. Nehmen wir jetzt erstmal hier schnell die Schärfe hier des Schriftzugs. Ihr wisst ja, ihr könnt nahezu jeden Effekt auf Masken legen. Okay? Und Capture One gibt euch da eine tolle Möglichkeit. Dazu gehe ich auf meinen Maskenregister, mache mir mit geklickter oder gehalten gedrückter linken Maustaste das Plus an und wähle die neu gefüllte Anpassungsebene. Versprecher. Neu gefüllte Anpassungsebene. Jetzt wisst ihr Bescheid. Und dann sieht das Ganze erstmal so aus. Drücke ich standardmäßig Taste M. Dann ist alles rot. Alles, was rot ist, ist erstmal ausgewählt. Wir wollen aber eine spezielle Maske, die wahrscheinlich die wenigsten von euch je benutzt haben. Nämlich die sogenannte Graustufenmaske. Ich möchte nicht jedes Mal draufklicken, deswegen kommt hier wieder mal ein Shortcut. Leute merken Shortcuts, sind immer gut. Alt und M. Und jetzt wird mein Bild weiß. Weiß bedeutet, das ist ausgewählt. Schwarz bedeutet, das ist nicht ausgewählt. Das ist quasi unsichtbar. Und wir gehen jetzt hier auf den Luminanzbereich und jetzt seht ihr schon, ein bisschen was sieht man. Ich möchte auf jeden Fall eines machen. Hier den Schwarz. Regler nennen wir ihn einfach mal. Ich ziehe ihn mal auf Null und ziehe auch die Lichter auf Null. Das ist übrigens immer, wenn ich das Luminanz-Tool benutze, das erste, was ich mache. Zieht beides auf Null. Und dann seht ihr schon, wenn ihr jetzt hier den Weiß-Regler nach links zieht, alles, was jetzt eben weiß wäre, würde von euch maskiert werden. Alles, was schwarz ist, eben nicht. Der untere kleine Regler hier, ich habe es ja schon mal in meinem Kurs erklärt, der bestimmt die Weichheit, also der Übergang, das Ausfaden eures Bereiches. Das kann man gerne machen, um die Strukturen so ein bisschen weicher zu machen. Ich lasse es mal auf Null. Und jetzt gehen wir hier so weit runter, bis wir hier die Zahlen sehen. So, und jetzt, guckt mal, jetzt ist nämlich genau etwas passiert, was manchmal, gerade am Anfang, wenn man mit dem Tool noch nicht so oft in Berührung kam, ich habe jetzt eigentlich genau das Falsche ausgewählt. Denn, jetzt ist zwar hier meine Fläche, also alles, was weiß ist, wäre ja eben scharf, jetzt ist quasi alles drumherum ausgewählt, aber meine eigentlichen Ziffern hier, oder der Schriftzug eben nicht. Jetzt könnt ihr zwei Sachen machen. Entweder, ihr schiebt das Ganze zurück und kehrt den Prozess. So, ich kann das Ganze, wie gesagt, auch hier aus beiderlei Hinsicht einfach mal ziehen. Oder, alternativ, ihr hättet hier auf Bereich invertieren klicken können, dann hätte sich das Ganze, die ganze Auswahl ungeklärt und ihr hättet dann auch da nochmal anpassen können. Und jetzt schauen wir mal, also hier ist mein Bereich, hier kann ich noch so ein bisschen das zurücksetzen. Und jetzt seht ihr schon, die Zahlen hier, das Logo, alles ist scharf. Und jetzt machen wir folgendes, wenn euch das Ganze zu hart ist, ihr könnt hier übrigens jederzeit wieder in den Luminanzbereich reinklicken, wenn euch das Ganze zu scharf ist, gibt es entweder den Radius, den ich hier so ein bisschen noch verändern kann, dann seht ihr schon, wird alles so ein bisschen weich. Das ist quasi die Quick and Dirty Version. Oder ihr passt die unteren Regler eurer Auswahl ganz, 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 ganz fein an. So. Und dann seht ihr aber schon, wie es passieren kann, dass gewisse Bereiche mit ausgewählt werden. Und dann müsst ihr die einfach nochmal so ein bisschen, ja, ich will jetzt einfach mal sagen, nachkorrigieren. Und jetzt klicke ich mal auf Zuweisen, Alt und M, um die Maske wieder auszublenden. Und dann seht ihr schon, habe ich hier meine Schärfung, die ziehe ich hier gerne einfach mal sehr, sehr hoch, damit ihr auch seht, dass da was passiert ist. Klicke hier bei meinem Lupensymbol mal näher ins Bild. Und jetzt habe ich hier ein Anmachen, vorher, nachher. So. Und ihr seht schon, jetzt hier Logo, Objektivkennzeichnung und hier das Ganze ist sehr, sehr, sehr stark geschärft. Und das Tolle ist, ihr könnt jetzt über diese Methode, und ich würde euch immer empfehlen, immer empfehlen, über eine Maske zu schärfen, weil ihr könnt hier jederzeit die Deckkraft verringern und verringert somit euren Effekt. Und wenn euch jetzt noch irgendwas stört, ich klicke einfach nochmal Alt und M. Ihr seht zum Beispiel hier unten, habe ich die Konturen des Waldes. Dann könnt ihr jetzt hier diese ganze Geschichte einfach wieder herauslöschen. Und ihr seht, mit dem Rechtsklick kommt dieses Dialogfenster. Und ich werde jetzt einfach alles hier verbergen, was ich nicht möchte. Und wenn ihr jetzt nochmal sagt, du, okay, finden wir eigentlich ganz gut so, das kann auch so bleiben, bis vielleicht auf diese harten Konturen hier, dann klickt ihr einfach wieder in den Luminanzbereich. Und nehmt so lange hier eine Optimierung vor, bis ihr merkt, okay, das war es jetzt. Oder wenn ihr sagt, ich kriege es einfach nicht ganz so genau hin, auch kein Problem, nehmt die 10 Sekunden länger in Kauf und maskiert hier einfach den Bereich weg, den ihr eben nicht haben wollt. Und so einfach könnt ihr eure Schärfe-Effekte logischerweise mit einer Maske ins Bild zeichnen. Das gleiche können wir übrigens natürlich auch jederzeit mit dem Klarheitsschärfe-Tool machen. Und ich zeige euch jetzt was. Wenn ihr sagt, okay, würde ich gerne machen oder ich würde es mal vergleichen. Machen wir mal einen Vergleich, Leute. Dann werde ich jetzt hier nicht im Klarheitsregler den Vergleich hier hochziehen, Schärfe-Reset machen. Nein, wir machen folgendes. Ich mache mir eine neue Ebene, die mache ich auch wieder gefüllt. Und dann nennen wir die erste Ebene Schärfe-Tool. Natürlich schön mit Rechtschlappfehlern hier. Zack. Und das zweite nennen wir Struktur. Und ihr seht schon, jetzt wäre alles ausgewählt. Ich klicke auf Rechtsklick, die Ebene. Maske kopieren, Schärfe-Tool. Und jetzt kopiert er mir die Maske der anderen Ebene, zack, auf diese. Und jetzt könnte ich hier die Schärfe ausschalten. Dann gehe ich hier mit der Klarheit vor. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal gemeinsam nochmal an. Hier habe ich einmal die Strukturschärfung. Und hier habe ich einmal das Schärfe-Tool. Und jetzt könnt ihr sagen, was euch besser gefällt und dementsprechend den Effekt dann anwählen. Und das könnt ihr übrigens auch mit allen anderen Effekten machen. Masken kopieren, verschiedene Ebenen. Und die Effekte da eintragen oder wegpinseln, wo ihr sie nicht braucht oder wo ihr sie braucht. So einfach ist das Ganze. Das war eigentlich schon das Schärfen. Probiert es gerne mal aus. Und schreibt in die Kommentare, ob euch der Tipp geholfen hat. Und empfehlt dieses Video gerne euren Fotokollegen, Freunden. Und zu guter Letzt, wenn ihr mich unterstützen könnt oder wenn ihr mich unterstützen wollt, dann tut das gerne hier unten in der Beschreibung, steht es drin. Kurs kaufen, Capture One, über mich gerne kaufen. Und für beides gibt es sogar 10% Rabatt. Wie ihr den bekommt, ihr wisst Bescheid. Ansonsten abonniert den Kanal und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin wieder richtig krass motiviert, für euch was zu machen. Hoffe, dass die Videos euch gefallen und was bringen. Bis dahin, bis zum nächsten Video. Euer Philipp. Ciao.